Aber Guys, ich mein Das Game war ziemlich fucking gut Das Game war eigentlich auch ziemlich gut Ich mein, wir hatten einfach ein hardlosing Team Und das Game war jetzt auch wieder fucking gut Ich hab's dreimal probiert, dreimal war es ein Hit Obwohl ich First Time Spieler Das muss extrem stark sein Kannst du darüber sagen, was überpowered ist Also, was stark ist Meiner Meinung nach ist Erstmal Predator an sich ist schon länger Sehr, sehr stark, weil es Vor drei oder vier Monaten oder so Wurde es gebufft und seitdem wird es auch benutzt Aber halt irgendwie nicht auf Hackerrim Weil Leute immer Conqueror genommen haben So, Conqueror wurde genervt Gordlinker wurde genervt, das sind zwei Dinge Die Hackerrim nicht gespielt hat Also Conqueror vielleicht schon, aber Gordlinker nicht Und, ähm Das heißt, die Konkurrenten von Hackerrim sind erstmal schwächer Das ist immer besser für Hackerrim, so Dann, Predator war schon eine lange Zeit sehr, sehr stark Und, äh, auch auf Hackerrim Und man kann schon Predator nehmen Daraufhin, äh Kannst du auch noch Ingenious Hunter nehmen Und Ingenious Hunter wurde gebufft Und was Ingenious Hunter mit Hackerrim macht Ist, dass der Sheen Proc Nur noch eine Sekunde Cooldown hat Statt 1,5 Und das ist richtig, richtig insane Für, für diesen Champion Und obendrauf kriegst du mit Ingenious Hunter Auch mega oft die Predator Procs Also, die haben irgendwie 40 Sekunden Cooldown oder so Das heißt, du kannst alle 40 Sekunden Play machen Und du musst bei diesen Plays nicht viel bekommen, ne Kannst aber Also, Hackerrim ist halt broken genug Dass du da auch schon Kills kriegst direkt Oh, yes Another one Another one Oh, yes Hackerrim kommt Ein deutlicher könnte nicht schlecht sein Also Ähm, Talo könnte nicht schlecht sein gegen Hackerrim Wenn du Add kommst Oder, äh, so Ich meine Du bist ja mein Mediomanager und kannst gewonnen schon Ich werde ja, ich werde ja nicht Mercs oder Ninja Tabis Und deswegen wird das Spielgame, glaube ich, ein bisschen hard zu play Aber We'll see, we'll see Ich hab ne, ich hab nen Sillian Und eigentlich ist ein Sillian alles, was du brauchst Attacke Ravelrowser Fingin gut Check mal Schiet Actually, ist gut Ist ein guter Test Ist ein guter Test Ich glaube, ich hab hier Blue Smile Mir hat das so gefallen letzte Runde Ne, ich bin also Generell würde ich sagen Blue Smile ist fast immer schlechter Außer du spielst Evelynn Cain Cain Was gibt's noch? Maybe Rexha oder so Das ist doch nicht so im Ernst Wer ist geflasht? Was ist das? Oh, ich bin jetzt Oh Oh Das sind leider noch hier, wenn wir den nicht töten können. Oh ich Idiot, ich kann einfach raus by the way, hab ich dachte, ehrlich gesagt dachte ich, er geht niemals noch weit. Klar, weil das ist super end von ihm. No cap, ich glaub Karma ist einer der herzen Counter-Zweiger am. Ich hab ein Gefühl, der at least. Weil, kick movement speed. Hm, da sind wir wieder da. Weiß nicht, wie man dieses Game gewinnen kann. Ich glaub Scaling verlieren wir. Und Lanes verlieren wir gerade auch alle. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist unser Top-Laner. Der spielt in einem Counter-Matcher. Wir haben ihm den Kill gegeben und er verliert. Dann weiter. Ja. Das ist das. Ich hör auf... Oh, ich sehe noch was. Oh mein Gott, wenn ich das eigentlich so abträgt, warum hat die noch Öd? No! Aber sie intet noch. Nichts. Okay. 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 Ich hab die Kaufmanns geholfen. Oh, ich würde nicht reviven, ich werde nicht lieben. Oh mein Gott. Wait, what? Wait, wut? Wir haben eigentlich gewonnen. He actually did it. Oh mein Gott, die Uri. Ah, ich bin actually da reingelaufen. Ups, la la la. Ich glaube, wir sollten ihn lieber chasen, als Nash zu machen. Ich glaube, Nash ist so unlikely. Okay, actually, guys, wir können das Game gewinnen jetzt. Holy shit. Wie viel AD hatte ich da gerade? Ah, ich bin leider raus durch. Nice. Actually, we did it. Uri hält immer noch ult. Mega nice. What the f- What the fuck? Fucking Mon Castillo. Alter, das ist so geil. Alter, da ist das Trailer Mon Castillo, guys. Die Uri macht das so gut, die wartet immer nach der Silien-Ult, weil die Leute können den Typen aus dem GA nicht töten. dann aber zusammenbleiben das reicht glaube ich auch nice good to see actually, ich dachte der Humo ist besser als unsere, aber nope ist actually not Falsch Wir sollten gar nicht an mich speeden. Ich bin gar nicht mehr so useful. Ich habe auch kein GA. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Wir haben ihn geschafft. Wir haben ihn geschafft. ja 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 ich wollte aufgeben weil die packen kopf runter gerannt ist und ich habe 13337 gold